Morgen zusammen, nach ein paar schönen Tagen wieder feucht, mit dem Probe, wenn es feucht bleibt. Ab dazu, jetzt sind wir erspart zum Wasser geben, je Woche mit Kopsalat kann es haben. Salanova Grün kann es haben. Salanova Rot, Kandal. Rettich, je nach Kistengrösse. Alle haben Spitzkabisse. Je nach Kistengrösse Fenchel mit Kraut. Kraut kann man tiptop in den Salat. Nach wie vor Rüeble. Festkochende Herdöpfel. Diese Woche mit den getrockneten Früchten. Je nach Kistengrösse Öpfel. Trinkli, Zwetschgen oder Kaki. Ergänzen mit wenig Öpfel. Öpfel sind wir momentan gerade schwach. Wir warten auf das Auslagern, auf die C-Anlagen. Um diese Woche verarbeitete Früchte als saisonale Früchte. Wunderbar. Schönen Tag, schöne Pfingsten. Bleiben gesund. Danke vielmals. Paar zum Preis. Paar zum Preis. Prak.